Wer Großküchen, Hotels und Nobelgaststätten einrichtet, kommt an der Firma Volta Edelstahl aus Österreich nicht vorbei. Als Buyout eines Konzerns kaufte Ingenieur Erwin Reindl vor 20 Jahren die Blechfertigung am Bodensee, investierte wenig später in eine automatisierte Stanzlaser-Kombimaschine FinPower LP6 mit LPR und formte über die Jahre eine der renommiertesten Fertigungen für Gastro-Edelstahlmöbel. Zur Programmierung der Maschine wurde von Anfang an das PN4000 von Wicamp genutzt. 2018 wurde die in die Jahre gekommene Maschine durch die aktuelle Prima Power Kombi Genius 1540 Faserlaser CF3000 mit Lade- und Stapelroboter LSR ersetzt. Lorenz Reindl, Geschäftsführer in zweiter Generation, hat die Einführung der Fiber-Technologie und den Umbau zu einem digital strukturierten Unternehmen maßgeblich mit vorangetrieben. Das Wicamp PN4000 hat in all den Jahren immer einwandfrei funktioniert. Wie wertvoll die Entscheidung für das Unternehmen wirklich war, das haben die letzten Jahre eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Egal ob AutoCAD-Inventor, Microsoft Dynamics oder strukturelle IT-Verbesserungen, die Software von Wicamp hatte die nötigen Schnittstellen, um die IT-Prozesskette unkompliziert zu schließen. Die neue Prima Power CG ist mit ihren Möglichkeiten und der fast doppelten Produktionsgeschwindigkeit nochmals ein großer Schritt nach vorne. Die Belastung in der Arbeitsvorbereitung ist dennoch sehr moderat geblieben, da alle Teile und Nestings übernommen werden können. Der vorkonfigurierte Postprozessor lief vom ersten Tag an in allen Details. Zudem ist das Auto-Tooling in der aktuellen PN4000-Version so gut, dass der große Revolver der neuen Maschine mit 16 Drehstationen auch für Bestandsteile automatisch vollständig nutzbar ist. Lorenz Reindl Jede Küche ist auf den Kunden zugeschnitten. Bei den Standardteilen unterstützt uns die Automation der neuen Kombi-Maschine. Bei Nestings, Individualteilen und komplexen Abwicklungen die intelligenten Routinen der Software. Nur so können wir unseren Kunden maximale Qualität bei minimalen Lieferterminen bieten. Und die Nachfertigung eines Ersatzteils für eine 10 Jahre alte Sonderkonstruktion erledigen wir mit einem Mausklick. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017